Kennen Sie das? Sie fahren mit Ihrem Auto in den Urlaub und vor Ort angekommen passiert das. Kein Parkplatz weit und breit. Auf der Rückbank schreit Ihr Kind und auch auf dem Beifahrersitz herst dicke Luft. Urlaubsstimmung? Fehlanzeige. Wünschen Sie sich in solchen Momenten nicht auch eine Glaskugel, die Ihnen verrät, wo der nächste freie Parkplatz ist? Dann haben wir gute Nachrichten. In den Kaiserbädern sind wir diesem Traum ganz nahe. Mit der PARCO-App und auf unseren digitalen Anzeigetafeln vor Ort erhalten Sie Informationen in Echtzeit zur Parkplatzsituation in den Kaiserbädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin. Vergebliches Herumirren auf der Suche nach freien Parkplätzen gehört damit der Vergangenheit an. Ein Blick auf Ihr Handy genügt und schon sehen Sie, wo Sie Ihr Auto ganz in der Nähe abstellen können. Die App verfügt außerdem über eine Navigationsfunktion, die Sie dabei unterstützt, den schnellsten Weg zu finden. Klingt gut? Dann laden Sie sich die PARCO-App herunter und besuchen Sie uns in den Kaiserbädern auf der wunderschönen Insel Usedom. Parking gets smart. Ein gemeinsames Projekt der Gemeinde Ostseebad-Heringsdorf, gefördert von der EU im Rahmen von Interreg.